So, jetzt können wir einmal ihre Sachen da herstellen. Wunderbar. Und jetzt können wir ihre Sonnenlichtfackel machen. Hoffe ich. Sollten wir aber eigentlich. Sonnenlichtfackel. Perfekt. Oh, hallo, Schatz. Oh, ich wusste, dass meine kleinen Lieblingshelferin meine Sonnenlichtfackeln nur haben würde. Man, äh, nun, muss jemand, der Dreamlight-Magie anwenden kann, auf den Grund deiner mystischen Grotte gehen. Dann füllst du den Sockel der Sonne. Stell die Sonnenlichtfackeln auf. Dann wird etwas passieren. Ich bin sicher, es wird nicht gefährlich sein. Für mich. Oh, ich bin so froh, dass du das sagst. Egal, was passiert. Ich will es wissen. Bring mir einen Beweis für alles, was du da unten findest. Du kommst mit. Du bist noch hier? War nur Spaß. Das hier brauche ich einmal. Und es war leider der... Oh, meine Kürbisse sind jetzt endlich da. Es war leider ein großer Stein. Ich hatte. Stimmt, da kann ich hier nochmal suchen. Okay, Inventarsfohl. Das ist ein kleiner. Ah, hier, das war die falsche Taste. Ja. Ich will da so nur noch ein Steinchen. Kann ich hier nämlich auch weitermachen. Ich hatte mir ja eigentlich auch überlegt, dass wir heute vielleicht nochmal Autrack spielen. Aber ich will halt wirklich vorm Update... Hier noch ein bisschen was schaffen. Weil wenn ich teilweise sehe, wie weit manche schon sind, dann denke ich mir immer so... Wäre ich auch gern. Na, warte, das da. Das war leider wieder ein großer... Ich wäre halt auch gern schon ein bisschen weiter. Aber nun gut. Ähm, verkaufen. Die brauche ich gerade nicht. Die brauche ich gerade nicht. Das Markt brauche ich gerade nicht. Okay. Gut. Äh... Äh... So. Mach ich das erstmal. Mach ich kurz weg. Das hier kann ich nochmal aufwerten. Sein gegrüßt, Nachbar. Oh! 50.000. Und fertig aufgewertet. Sehr schön. Also die Grotte müsste ja eigentlich hier unten sein, ne? Ist das diese hier oder ist das die andere? Ist das die mühsliche Grotte? Nein, ist das tatsächlich gerade nicht. Schau einfach mal. Ich meine, mehr als falsch kann es hier nicht sein. Okay. Richtig. Mach ein Foto. Nein. Wieso hat das so lange gedauert? Du bist zurück und hast den Beweis? Lass mich mal sehen. Um dies zu entziffern, bedarf es mehr als eines kurzen Blickes. Ab jetzt... Äh... Ich rufe dich, wenn meine Nachforschungen abgeschlossen sind und nicht jemanden für körperliche Arbeit brauche. Okay. Darf ich sie jetzt mal nicht mal ansprechen? Das hier ist halt immer noch verbackt. Sushi und Tumorbrötchen. Sushi und Tumorbrötchen waren es, ne? Okay, Tumorbrötchen. Es ist aber die... Ach da, Sushi. Was brauchte ich denn nochmal für das andere? Hm. Die hat mir gesagt, was ich dafür brauche. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt Tumor. Habe ich. Zweimal. Das ist doch, was ihr euch wünscht. Ich habe mir einen aufregenden Mann gewünscht. Und jetzt regt er mich auf. Ach, Iron. Okay, Hummer. Ich meine, Zitrone war mit bei. Ich meine, Zitrone. Ich glaube, Weizen. Was war noch mit beim Hummerbrötchen? Ich glaube, Zwiebel noch, oder? Oh, und was war es noch? Ich glaube, es war nur eine Zutat. Ich weiß es nicht mehr. Also, Sushi habe ich schon mal hergestellt. Sushi weiß ich. Also, Hummer und Zitrone auf jeden Fall. Beim Rest bin ich mir unsicher. Weizen, Zitrone, Butter, Knoblauch und Hummer. Okay. Also, das hier nicht. Wohne habe ich. Weizen, Hummer, Butter. Und Knoblauch. Da. Danke, Iron. Ah, Hummerbrötchen. Sehr geil. So, und Sushi hatte ich irgendwo da. Ja, ich habe ja leider noch nicht alle Gerichte. Ich müsste mal gucken, dass ich mal nachkoche. Aber ich habe, glaube ich, noch nicht so viel, dass ich... Oh, ich brauche noch einmal Sushi. Ich habe, glaube ich, nicht so viel, dass ich sagen kann, okay, komm. Ich, äh, kann jetzt alles da ausprobieren. Zum Beispiel Kartoffeln habe ich nur recht wenig. Ich baue zur Zeit ja nur Kürbisse an. Zur Zeit sind nur Kürbisse dran. Ich könnte wahrscheinlich auch über eine Liste, aber... Ist halt die Frage. Ob ihr das zum Beispiel lieber mit mir zusammen so herausfinden wollt, oder ob wir einfach stumpf eine Liste abarbeiten. Bei mir ist es egal. Hauptsache, ich habe es vollständig. Was ist eigentlich? Ansonsten würde ich sagen, suche ich die Liste raus. Und wir ackern das dann zwischendurch einfach mal runter. Ich kann ja so teils, teils machen. Teils suchen... Teils raten wir und teils... Machen wir den Rest. Einen schönen Tag noch! Tu ich, die gibt's. Hilfe. Ich sähe, dann müssen wir was uns machen. Ja! Mach mal! Sind bestimmt auch mega cute dann. So. Weil ja, das Boot habe ich auch verbessert. Repariere Häuser. Was habe ich denn hier noch für Häuser zu reparieren? In deinem Haus räumen hinzu. Das dauert noch. Freundschaften. Mache Bilder. Das kann ich auch fixen. Seht ihr das? Ah, Bilder, ja. Sehr gut. Alter. Okay, wir haben auf jeden Fall hier noch die Aperative. Die könnte ich ja eigentlich mal machen. Auberginenrolle. Auberginenrolle. Sollte, ja eigentlich. Kürbisbällchen. Dafür brauche ich Kürbisse. Micky, gut, dass du gerade da bist. Mhm. Lass uns abhängen. Bis bald! Wobei, ich habe, glaube ich, gar nicht so viel Platz in meinem Inventar. Lass uns abhängen. Vielleicht, ja. Hm. Dann gehe ich jetzt erstmal meine Notruhen. Ich frage mich halt immer noch, wie es die Leute hinbekommen haben, dass diese Truhe käuflich erwerbbar ist. Du beserst doch keinen Schimmer von. So, das kommt erstmal alles da rein. Sortiere ich dann später. Es ist jetzt mal ein Schmuddel, riefst du hier. Da kommt erstmal alles rein, was ich nicht brauche gerade. So, das brauche ich auch nicht. Wunderbar. Nein. Wollen wir da hinporten? Micky, kommen wir jetzt einmal hier hin. Du wirst umgezäunt. Du wirst umgezäunt. Du wirst gesagt, dass er drin ist. Ja, ist er. Hi. Wird doch so mir jetzt schon die Dinger hierher. Bin's doch. Nein. Oh mein Gott. Nein. Okay. Vielen Dank. Wie langsam kann man etwas einsammeln. So zwei Mekürbisse ernten wird heute auf jeden Fall nichts. Leider. Da diese Kürbisse hier länger als vier Stunden gebraucht haben. Weißt du, um elf. Um elf habe ich die eingesät. Na, kurz nach elf. Vier Stunden. Ja, ja, ist klar. Vier Stunden, bis sie fertig sind. Die waren länger als vier Stunden. Ja, ja. 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 dann fern sie gleichzeitig schon mal ein komplett wird es nicht reichen aber zumindest ein bisschen vielleicht komme ich damit gerade für dieses feld hier aus bin überhaupt bei sollte reichen hier runter sind jetzt 20 20 68 noch. Ja, das reicht. Ruf ich. Ich muss unbedingt wieder Kürbisse, Kürbissamen kaufen. Gut, ich könnte auch erstmal was anderes einsehen. Wer genug Geld, haben wir ja eigentlich noch. Allein durch das, was wir jetzt kriegen, gleich. Was ist das, was wir jetzt machen? Was ist das, was wir jetzt machen? Könnt es jetzt bitte regnen? Bitte. Dann nicht. Ich hoffe einfach nur, dass wir heute noch einige Quests durchkriegen. Von den Freunden's Quests. Wie gesagt, nur das mit Wall-E ist wahrscheinlich verbuggt. Kann ich jetzt natürlich gerade nicht reingehen, weil sonst aus Miki da aus seinem Gefängnis ab. Okay. Da war Ursula. Hätte ich meine Sachen da abgeben können. Egal. Ich hoffe, dass wir sie gleich nochmal sehen, dass sie sich nicht nochmal wieder schlafen legt. Ich bin sowieso kein Ursula-Fan, deswegen... Bitte. Unbedingt gefallen. Bleib wach. So. Oh, toll. Bananen. 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 Mal fassen. Ach, du grüne Neuner. Jede Menge Kürbisse. Was wird das? Warum gehst du denn jetzt... Ach, mach, was du willst. Wenn du meinst, du flügst jetzt so, dann flügst jetzt so. Manchmal. Okay, ich stelle Kürbisse erst. Gut. Okay. Oh, ich liebe schöne sonnige Tage! Das freut mich, Goofy! Oh, ne Erinnerung! Stop the story! Sicher bin ich mir aber nicht! Hey, hey, hey! Okay. 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 Und dann einmal Citron habe ich noch. So, ich werde jetzt mal gucken, dass ich an den Ständen noch ein bisschen was kaufe. Dann koche ich nämlich gleich noch. Da war ich halt nur um diese Sachen hier. Jetzt gerade mal nicht um die Samen. Von manchen Sachen habe ich halt einfach nicht genug. Was da oben muss ich noch freischalten. Ups. Upsala. Wird noch nicht gemacht. Ja, Kartoffeln. So, die... Nein. Wunderbar. Oh, ich liebe schöne sonnige Tage. Damit habe ich wieder was. Sei gegrüßt, Nachbar. Oh. Das verbessere ich auch. Schreibe ich auch einmal frei. Dann habe ich das auch. Das mit den Häusern verstehe ich erst noch nicht so ganz. Ich habe ja keine Häuser mehr eigentlich, die ich reparieren kann. Glaube ich. Ähm. Gehe ich einmal kurz dahin. Gucken, was es da am Marktstand gibt. Spargel auf jeden Fall. Einmal erweitern. Nicht du. Freundlichen Dank. Hallo, Kumpel. Yay. Und Spargel. So. Jetzt will ich mal sehen. Dass wir ein bisschen was kochen. Nicht lange. Keine Angst. Vielleicht will ich dann ja noch ein paar Quests weitermachen. Aber zumindest, dass wir die... ...die Vorspeisen dann mal fertig kriegen. Nichts. Danke. Danke. OOOOOOOOO. Vielen Dank.